Hallo ihr Süßen, willkommen zurück. Heute gibt es Lachs nach italienischer Art. Alles was ihr dafür braucht sind Lachsfilet, ein Ei, Parmesan, italienische Kräuter, Salz und Pfeffer. Zunächst reibt ihr den Parmesan klein und schlägt das Ei auf. Dann das Lachsfilet mit Salz und Pfeffer würzen, in das Ei tauchen und dann in den Parmesan wenden, damit alle Seiten des Lachsfilets mit Parmesan bedeckt ist. Das gleiche machen wir mit den restlichen Filets. Erst mit Salz und Pfeffer würzen, in das Ei tauchen und dann in den Parmesan wenden, so dass alle Seiten mit Parmesan bedeckt sind. Zum Schluss mit den italienischen Kräutern würzen. Dann ab in den Ofen damit, bis der Lachs fertig gegart ist. Ich habe den Lachs mit Süßkartoffeln prägerisiviert. Das war sehr lecker übrigens. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald. SD-Lachsfilet